Ich finde Lotto ist halt wie irgendwie die PIN von jemanden erraten. Oh nein, ich hätte so viele Kills haben können. Ich hätte einfach pacen müssen, Spoon, pacen. Das waren gerade so viele Kills da. Oh nein, ich hätte so viele Kills. Was für ein Kernkampf? Ja, die Winchester. Oh, wir gehen zum Drop. Ah, ist das Kinn oder Drop, Kinn oder Drop, Kinn oder Drop? Kinn, ne? Okay, Drop. Der braucht jetzt zu lange, der wird sich wahrscheinlich nicht heilen. Erstmal eine Respektschelle gegeben, dem Typen. Das hätte ein Headshot sein müssen, sondern dann wäre der vielleicht tot gewesen. Bewege dich halt nicht. Okay, RIP. Hier muss ich das oben drauf machen, wenn er clever genug ist, das auszuweichen. So. Ja, wenn sie von oben kommt, ist das blöd. Oh ja, gib mal her das Zeug hier. Danke. Das ist mir jetzt warm gehalten, hast du. Oh ja, gib mal her das weg. Oh ja, gib mal her da. Oh nein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, gib mal her. Das war's. Oh, guck mal, da unten ist sogar einer. Hab ich jetzt erst gesehen. Und da läuft auch noch einer. Ja, bleib stehen. Bleib stehen, damit ich dir einen guten Headshot geben kann. Ich glaube, das wird nicht treffen, aber ich probiere es trotzdem mal. Nee, okay. So weit komme ich da nicht. Da kriegt er ja. Oh je, was ist das denn für einer? Oh je. Der Arme. Na ja, da ist der Buggy. Na ja, sag ich doch. Immer wieder eine Freude mit dem Motorrad anzuhalten. Nein, den hätte ich treffen müssen. Okay, dann treffen wir halt den hier, wenn er sich nicht bewegt beim Fahren. Willst du gar nicht aussteigen hier? Jetzt hab ich drei Leute hier auf mich. Kann er nicht spotten, den Typen. Oh shit, der andere kann mich hier von der Seite pushen. Ich muss weg. Oh, oh. Schnell eine andere Posi suchen. Ich kann ja nur versuchen, von der Seite zu holen, aber hier oben war auch einer eigentlich. Schau mal, das steht dann noch. Weiß gar nicht, dass ich ihn flankiere jetzt gerade. Oh, 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 oh. Ist er mir genau in den Headshot reingesprungen. Ey, jetzt hab ich aber mega feind hier. Was eine Situation, Mann. Ich bin auch nur knapp in der Zone. Ich muss den gleich mal looten wegen Boosts oder so. Da oben. Das war, glaube ich, der, der gerade auf mich geballert hat noch. Der war da. Ich hab's gecallt. Der hat da noch gelegen, der Typ. Ist so. Es gab keine andere Posi, wo der hätte sein können, sonst hätte ich den auf dem Feld schon gesehen. Oh shit, Mann. Fünf Leute noch und die Zone ist einfach mega offen. Und ich hab keine Smokes. Jetzt geht der Puls vielleicht doch ein bisschen hoch, Leute. Ein ganz kleines bisschen. Ich werde jetzt schon mal pre-naden hier, dass ich mir sicher sein kann, dass da keiner ist. Ich hab ja genug Granaten. Okay, da sind auf jeden Fall keine dahinter. Die werden hier irgendwo liegen. Oh, nice. Ich hab die Zone. Sauber. Da oben ist einer gelaufen. Von wo? Hier ist einer. Shit, Mann. Das macht das Ganze natürlich komplizierter jetzt. Ich weiß nicht, ob er da liegt oder so. Nee. Ich kann halt nicht vor an den Traktor, weil dann sieht der Typ mich hier links wahrscheinlich. Da liegt er doch. Und da hinten am Baum ist der Letzte. Der hat nicht mal gepiekt. Oh, wow, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Das ist ein Traktor jetzt. Oh, wow, wow. Oh, hat der eine AVO oder was? Nee, M24, okay. Oh, wow. Huh. Also, das nenn ich mein Dinges Gigi. Oh, shit. Hi, YouTube. Oh, the jungle VIP. I fished that up and had to stop and that's what's bothering me.